Die diesel-elektrischen Rangierlokomotiven D145 sollten Ende der 1970er Jahre die grundlegende Modernisierung der italienischen Staatsbahn FS einleiten. 1982 wurden sie als erste Diesellokomotiven mit der ungewöhnlichen Orangenlackierung in Dienst gestellt. Die von der italienischen Firma Brown Bovary Tecnomasio von Bado Ligure entwickelten Lokomotiven erhielten für Italien eher untypische Mittelführerstände für eine optimale Übersicht bei Rangierfahrten. Die Lokomotiven eignen sich sowohl für den Güterzugdienst mit maximal 100 kmh als auch schweren Rangierdienst mit verminderter Geschwindigkeit. Seit 2017 werden noch 41 Maschinen von der Gütersparte der italienischen Staatsbahn Mercitalia eingesetzt. Mit der markanten Diesellokomotive D145 der FS erscheint nun erstmals eine Pico-Neukonstruktion eines rein italienischen Fahrzeuges. Das besondere Erscheinungsbild, das große Einsatzgebiet und die hervorragenden Fahreigenschaften begeistern Sammler außergewöhnlicher europäischer Loks- und Anlagenbetreiber gleichermaßen. Eine gelungene Mischung aus Detailverliebtheit und Betriebstauglichkeit unterstreicht dies zusätzlich. Die Pico D145 in der Ausführung mit Originaldach mit Sonnenblenden und erhabenem FS-Logor auf den Motorhauben überzeugt durch feinste Lackierung und Bedruckung. Besonders auch die angesetzten Griffstangen und scharf gravierte Drehgestellblenden. Der Lichtwechsel erfolgt fahrtrichtungsabhängig weiß-rot. Die serienmäßig eingebaute Führerstandsbeleuchtung und die fahrtrichtungsabhängig funktionierenden Schlusslichter sind mit einem Plax-22-Decoder digital schaltbar. Der fünfpolige Motor sorgt mit zwei Schwungmassen für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Geschlossene Schürzen und Bremsschläuche zum Nachrüsten liegen bei. Das analoge Modell besitzt eine Digitalschnittstelle Plax-22 nach NEM 658 und ist für eine einfache Nachrüstung mit Sound und größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet. Die Soundversionen der markanten italienischen Diesel-Log sind am Werk mit einem innovativen Pico-Smart-Decoder 4.1 Sound Plax-22 ausgestattet. Neben dem problemlosen Anmelden an geeigneten Zentralen per Raycom Plus, wie zum Beispiel bei unserer Pico-Smartbox oder an MFX-fähigen Steuerungsgeräten, sind nun neue individuelle Einstellungen im Mapping- und Klangerlebnisse auf höchstem Niveau dank einer verstärkten Ausgangsleistung von 2,5 Watt möglich. Der eingebaute Lautsprecher ist speziell auf die D145 abgestimmt und ermöglicht eine kraftvolle und realistische Wiedergabe des 12-Bit-Sounds. Viele locktypische Geräusche wie Motorengeräusch, Signalhörner, Bremsenkriegschen und weitere schaltbare Funktionen sind einzeln abrufbar. Die Sounds der Lokomotive, die Bahnhofsdurchsagen sowie die Funksprüche wurden an der Vorbild-Lokomotive in Italien aufgenommen und von der Pico-Sound-Abteilung speziell abgemischt. Auf diese Weise stellen wir maximale Vorbildtreue bei den Sounds der Pico D145 sicher. Die Pico-Loks der Baureihe D145FS besitzen geätzte Geländer, angesetzte Handstangen und Türhandläufe, separate Pfeifen und Hupen. An den hochdetaillierten Drehgestellen wurden die Bremsbacken, Tachowelle, Sandkästen, Stoßdämpfer und die filigranen Kondenswasserschläuche extra ausgeführt. Selbst die seitlichen Wassereinfüllstutzen wurden am Modell liebevoll als Extrateile nachgebildet und machen so die Lok zum Blickfang auf jeder Anlage. Die Pico-Diesellokomotive D145 erscheint im Juli 2019 im Fachhandel und im Pico-Webshop in folgenden Ausführungen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020